Wenn man Licht kriegt, wird ja also nicht grün, sondern bleibt weiß. Und damit stechen wir ihn halt ab und können ihn essen. Ganz schön, wenn man das einmal mal gesehen hat, einmal mal gemerkt hat, was dahinter steckt. Achtung, fertig. Los und wir laufen wieder. Die regionale Landwirtschaft in der Region ist natürlich ein Punkt, der mich als Bundestagskandidat auch sehr interessiert. Mir gefällt es nicht, dass da der Fokus so ein bisschen verrückt ist und den möchte ich da gerne wieder darauf zurücklenken. Auch vor dem Hintergrund von Klima- und Umweltpolitik, ein wichtiges Thema, regionale Landwirtschaft, bedeutet natürlich auch kurze Vertriebswege. Und die Produktion vor Ort und Versorgungssicherheit, das wissen wir gerade jetzt in Corona. Steffen, du hast einen Spargelbetrieb, du bist Gemüsebauer, ein Bereich, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich komme von dem Forsthof. Erzähl doch mal zwei, drei Punkte zu dir und zu deinem Betrieb. Wo sitzen wir hier? Erstmal, hallo Carsten. Wir sind hier natürlich mitten im Spargelfeld. Natürlich eine super Kulisse, auch um das Thema Gemüsebau noch ein bisschen in den Fokus zu rücken. Herzlichen Dank dafür auch, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Ja, 31 Jahre alt, Gemüsebauer gelernt, danach ein Studium in Osnabrück angeschlossen, seit sechs Jahren zu Hause auf dem elterlichen Betrieb mit eingestiegen. Vor zwei Jahren den Betrieb übernommen. Und habe somit auch die Verantwortung, die nächste Generation sicher in die Zukunft zu führen. Ja, und haben uns eigentlich auf die Sonderkulturen spezialisiert, somit das größte Teil Spargel. Sind aber auch unter anderem mit Süßkartoffeln am Start, Wassermelone und so ein paar eigentlich nicht heimische Geschichten wie Ingwer- und Erdnussanbau. Das ist ja Spaß. Das ist aber nur ganz am Rande, einfach mal umzugucken, was geht hier alles, was ist möglich. Klimaveränderung ist da, die kann man nicht von der Hand reisen. Also von daher müssen wir uns da irgendwie drauf einstellen. Du bist Praktiker, du hast das als Beruf, als Ausbildungsberuf gelernt und trotzdem bringst du auch das akademische Know-how mit, mit dem Studium, das du machst. War das eine gute Entscheidung? Ist Landwirtschaft heute eine gute Idee? Wie fühlt man sich als Landwirt hier in der Region, wenn man sagt, ich starte jetzt in den Betrieb, entweder aus familiärer Pflicht oder als Neugründung, wenn es das überhaupt in der Form noch geben mag? Wer traut sich das noch? Also vorab familiäre Verpflichtung war das nicht. Also ich hätte auch Kunst studieren können oder einen ganz anderen Berufszweig wählen können. Ich habe mich aber tatsächlich für die Landwirtschaft entschieden. Ich bin damit von Kind auf aufgewachsen mit und es war schon immer ein großes Stück Herzblut, was an dieser ganzen Geschichte hängt. Und ja, es ist sicherlich ein sehr, sehr schwieriger Bereich geworden. Also es ist nicht mehr wie früher, wo die Landwirtschaft ein gewisses Ansehen in der Gesellschaft hatte. Was macht es schwierig heute? Das ist zum Teil medial, glaube ich, ein wenig diese Negativerhaschung, das Ausschlachten negativer Dinge in der Landwirtschaft. Die schwarzen Schafe gibt es überall, in der Landwirtschaft natürlich genauso. Und damit wird man dann immer stark über einen Kamm geschert. Wir sitzen hier in Kirchwahling im Übrigen. Das wollte ich nochmal erwähnt haben für die Menschen, die uns auch zuhören oder auch zusehen. Das ist ja ein Videopodcast, also mittendrin im Wahlkreis. Genau, wir haben jetzt hier ein schönes Spargelfeld. Das sind rund drei Hektar Spargelfläche. Ja. Wir haben hier schon die ganze Vorbereitung getroffen für die kommende Saison. Ja. Wir haben hier Erdwelle gemacht, haben dann die Folie aufgelegt. Ja. Weil die hier übrigens in diesem Fall hier schon 14 Jahre alt ist. Also wir sind hier ganz der Ressource Folie sehr bewusst. Ja, ja. Und die werden bei uns zwei Kulturdauern eingesetzt. Ja. Und danach haben die noch ein drittes Leben in der Süßkartoffel, ehe sie recycelt werden. Für uns ist die Folie essentiell wichtig. Ja. Sie ist wichtig dafür, dass wir natürlich eine Kultursicherheit darstellen können. Dass wir die Flächen, die Spargelpflanze als Säuges verfrühen können. Dass wir möglichst frühzeitig auch am Markt sind. Und auch eine Möglichkeit haben, mit der Folie auf Marktgeschehnisse einzubringen. Ja. Also wir haben zum Beispiel, hier sieht man jetzt gerade die schwarze Seite oben. Die sonnenliebende Seite, sagen wir Spargelbauern dazu. Ja. Viel Wärme aufnehmen, um in den Damm zu transportieren. Und die andere Seite ist weiß. Ja. Das heißt, wir können also auch einen sehr heißen Sommern mit viel Sonneneinstrahlung, ein wenig die Temperatur im Damm regulieren. Ja. Ja, Spargel, ein wahnsinnig beliebtes Gemüse. Ich esse das im Übrigen auch sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn die Spargelsaison losgeht. Es ist ja nur sehr kurz. Wenn ich an Gemüsebauern denke, dann denke ich auch immer an die Landwirtschaftshelfer. Und in den Gesprächen, gerade mit Gemüsebauern, wird mir immer wieder zugetragen, viele deutsche Landwirtschaftshelfer gibt es gar nicht mehr. Die wollen den Job gar nicht mehr machen. Wie machst du das auf deinem Betrieb? Wen hast du hier? Regi, das ist ein sehr, sehr harter Job. Ja. Das muss man ohne weiteres anerkennen. Egal, ob es ein deutscher Mitarbeiter oder eine Saisonarbeitskraft aus Ostblock ist. Ja. Ostblock heißt, woher kommen die Mitarbeiter in aller Regel? Früher war es natürlich Polen. Ja. Und das ist jetzt natürlich auch Rumänien, Bulgarien, zum Teil auch Lettland, Estland, wo Mitarbeiter akquiriert werden, die hierher kommen, um hier vor Ort das zu stechen, wofür sich der Deutsche vielleicht sogar auch ein Stück weit zu schade ist. Ja, okay. Spargel ist ein ganz tolles Gemüse. Wir haben hier weit über 90 Prozent Selbstversorgungsgrad in Deutschland. Das gibt es nicht bei vielen Gemüsearten, die wir hier selber anbauen. Also auch eine relativ wichtige Sache. Aber viel wichtiger ist natürlich auch die Manpower, um den Spargel zu stechen. Und darauf kann man so ein bisschen mit betrieblichen Maßnahmen Einfluss nehmen, indem wir zum Beispiel, man sieht es jetzt hier gerade zwischen uns, es ist ein Wahnsinnsabstand. Wir haben den Abstand zwischen jeder einzelnen Spargelreihe erhöht. Haben aber hier in dieser einzelnen Reihe zwei Spargelreihen nebeneinander. Das heißt, wir können ressourcenschonender arbeiten. Das heißt, wir brauchen weniger Folie für die gleiche Fläche. Wir brauchen weniger Wasser, weniger Dünger und natürlich auch weniger Personal. Das heißt jetzt nicht, dass ich Personal rausschmeiße oder rausgeschmissen habe. Darum, das ist absolut nicht das Thema. Das Thema ist, ich kriege das Personal nicht. Weil natürlich die Verlagerung weiter Richtung Osten wirkt hat, dass das Lohnniveau im Ostblock deutlich gestiegen ist. Und die auch vor Ort attraktive Jobs finden. Und wenn man ganz ehrlich ist, man kann es auch verstehen. Die Leute kommen hierher, sind sehr lange von zu Hause weg, von der Familie weg, von den Freunden weg, von dem sozialen Umfeld weg. Und für die ist das natürlich eine Sache, wo ich sage, 200, 300 Euro mehr jetzt im Monat. Soll ich jetzt nach Deutschland kommen oder nach Holland fahren oder nach Österreich oder in die Schweiz, dann bleibe ich doch lieber zu Hause. Das heißt, so unter Kulturen verlagern sich auch Richtung Osten, wo das Lohnniveau entsprechend niedriger ist. Aber durch die wegfallenden Reisekosten und Entbehrungen sagen die Leute, sie bleiben da. Es geht weit Richtung Osten. Das ist natürlich auch ein großer Punkt Subventionspolitik. Dass mit den EU-Subventionen natürlich eine Wahnsinnsverlagerung gen Osten passiert. Gibt es einen Sparkelstechroboter? Kann man das auch per Technik erledigen, diese Arbeit? Genau. Also diese ganze Thematik, Mechanisierung und Spargelanbau. Wir haben sie vor etlichen Jahren vorangetrieben, haben da auch Gartenbaupreise für bekommen. Dein Betrieb? Ja, genau. Unser Betrieb. Weil wir da eben Pionierarbeit in Sachen Spargelstechtechnik entwickelt haben. Das war damals ein erster Ansatz. Die erste Idee hat sich nicht allzu weit durchgesetzt. Die zweite, darauffolgende, auch vollmechanische Geschichte, hat sich aktuell sehr gut gezeigt. Die nutzen wir seit vielen, vielen Jahren und können damit natürlich eben den Mitarbeitermangel ein Stück weit ausgleichen. So hochaktuell ist ja gerade, das weißt du ja auch, ganz sicher sogar, die Landwirtschaftsproblematik auch in Berlin. Stichwort Trecker-Demos. Ich stehe ja mit vielen Landwirten in Kontakt. Ich habe Milchviehbetriebe besucht, das weißt du. Und da ist natürlich viel Druck auf dem Kessel. Viele Landwirte sehen da keine Perspektive oder sehen ihre Zukunft in Gefahr. Hier in Niedersachsen haben wir den niedersächsischen Weg ausgehangen. Zwischen Politik, Landwirtschaft, aber eben auch Naturschutzverbänden einen Kompromiss gefunden, bei dem wir alle gemeinsam anfassen wollen. Weil das Thema wichtig ist und das Thema auch in der Landwirtschaft wichtig ist und schon immer wichtig war. Nachhaltigkeit ist ja keine Erfindung der Grünen. Also ich habe ja vorhin gesagt, ich komme von dem Forsthof. Nachhaltigkeit ist ein klassisch forstwirtschaftlicher Begriff. Du hast vorhin erzählt, auch deine Fohlen benutzt du, solange es irgendwie geht und mehrjährig. Und dafür sind sie ausgelegt. Also ist das eigentlich alles in der Landwirtschaft schon von Haus aus tief verankert. Was macht das mit dir, mit deinem Betrieb, wenn du daran denkst, wo war das Landwirtschaft? Also tatsächlich, wenn ich die Ergebnisse sehe, die die Trecker-Demos erzeugen, muss ich sagen, demonstrieren wir noch zu wenig. Es müsste noch harscher werden. Vielleicht müssten wir uns den Franzosen ein Stück weit annähern oder uns da mal eine Scheibe abschneiden. dass es scheinbar Gehör findet. Wenn ich jetzt sehe, wie... Was machen die Franzosen? Sie sind etwas extremer in ihrer ausgebrächten Demonstrationsweise. Okay, okay. Und ich habe das Gefühl... Also du stellst auf die Behemenz ab, weniger wahrscheinlich auf Gewalt oder sowas. Darum soll es nicht gehen, sondern auf Durchhalten und vehement am Thema bleiben. Ja, okay. Der niedersächsische Weg ist super. Das kann ich jetzt so sagen. Mit dem Ergebnis können die meisten Landwirte leben. Es gibt da sicherlich nochmal die eine oder andere Feinheit, die man noch nachjustieren muss. Also das ist bei jeder Gesetzgebung grundgegeben, dass man da noch in einzelnen Bereichen vielleicht nochmal anfassen muss. Und jetzt kommt von Frau Schulze da eben eine andere Sache von hinten rum und kontakuriert eigentlich das Ganze, was wir da ausgearbeitet haben. Eigentlich ein Pilotprojekt, an dem sich andere Bundesländer anhängen könnten. Also es geht um Artenschutz in der Bundespolitik, im Umweltministerium. Das ist das, was jetzt in den Vordergrund gerückt wird, was aber die Landwirtschaft ohnehin auch schon immer eigentlich beachtet hat. Da fand ich von den Grünen jetzt das aktuelle Zitat rüber. Ich hole mir lieber Braugerste aus Italien als aus der Nachbarregion. Dann frage ich mich, ob man da die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat. Das muss ich ganz klar so sagen. Wir sind hier ein super Standort, was Landwirtschaft anging. Also wir waren lange Jahre ein super Standort für Landwirtschaft. Und das ist genau der Punkt. Durch diese weiterführenden Gesetze, die immer tiefer ins Herz einschneiden. Man ist ja immer bereit, auch von sich aus, zumindest ist es mein Bestreben, von sich aus den Betrieb anders aufzustellen, zukunftssicherer aufzustellen. Und für die nächsten Generationen sich aufzustellen. Nur wenn das immer weiter geht mit diesen weiteren Auflagen, neue Gesetzgebungen, die tiefer einschneiden, alles das, was man ausgehandelt hat, über Jahre, plötzlich wieder zunichte gemacht wird, dann führt das zwangsläufig zu einer weiteren Verlagerung in die Bereiche von Europa, wo die Auflagen nicht so stark sind. Das heißt, es wird also immer weiter Richtung Osten gehen. Wichtiger Punkt. Neben dieser ganzen Förderungsgeschichte wird es auch so, durch diese weiteren Gesetzgebungen, die zum Teil auch jeglicher Grundlage wären, zu einer Verlagerung in Richtung Osten. Das heißt, wir werden nicht mehr Agrarland Nummer 1 sein. Wir haben eigentlich, und das ist das, was Verbraucher heute auch zu wenig wertschätzen aus meiner Sicht, eine engmaschig kontrollierte Landwirtschaft, die eigentlich von allen Seiten, sei es jetzt auch im Tierschutz, in der Tierhaltung, sei es in vielen anderen Bereichen bei dem Einsatz von Düngemitteln, ganz dezidiert nachweisen muss, was eingesetzt wird, wie gehalten wird und so weiter. Und wenn wir das jetzt verdrängen in Richtung Osten, dann haben wir das eben nicht mehr in der Hand. Das ist der erste Punkt, den ich da raushöre, den ich ganz genauso sehe. Und der zweite Punkt ist, dass ich in dem Gespräch mit Landwirten, und das Gefühl habe ich bei dir auch, eigentlich eine große Bereitschaft empfinde oder zurückgespiegelt bekomme, auch Veränderungen mitgehen zu wollen. Dass das gar nicht das Problem ist. Ganz viele Landwirte sagen mir, ich mache das ab morgen auch alles in Bio, auch alles in Öko. Wenn das die Gesellschaft möchte, ist das in Ordnung. Ich brauche nur zwei wesentliche Dinge. Ich brauche Investitionssicherheit von politischer Hand. Also ich muss wissen, dass das, was in meinem Betrieb passiert, auch mal zehn Jahre Bestand hat. Und dass ich nicht zum Spielball politischer Interessen werde. Und ich brauche einen Verbraucher, der das auch anerkennt. Der dann auch dieses Produkt in seiner Qualität auch schätzt und auch bereit ist, dafür Geld auszugeben. Ist das im Spargelbau genauso? Im Endeffekt ist es immer noch einen Ticken zu gering. Natürlich sagt das jetzt auch ein Ruhbauer oder ein anderer Gemüsebauer. Aber es zeigt einfach einen allgemeinen Trend in der Ernährungserzeugung in Deutschland, dass einfach zu wenig für die Produkte bezahlt wird. Man kauft lieber das billig importierte aus dem europäischen Ausland. Und damit holt man sich eigentlich ein nicht kontrolliertes, wenig zertifiziertes Produkt ins Land. Und der Kunde steht davor und sagt, Bio ist doch Bio. Aber bei Bios Spanien ist nicht Bio wie in Deutschland. Es sind unterschiedliche Standards, unterschiedliche Grundlagen. Das ist zum Beispiel auch der Punkt, warum ich mich gegen... Ich bin zwar QS-zertifiziert, aber du wirst es bei uns niemals auf einer Verpackung sehen. Ich werbe da nicht gut offensiv. Ich muss es machen, um zwei größere Kunden beliefern zu können. Für mich ist das aber nicht ausschlaggebend. Ich brauche nicht eine Zertifizierung neben der nächsten Zertifizierung. Sondern ich gehe bei und sage meinen Kunden, kommt her, ihr könnt jederzeit bei mir auf den Betrieb kommen. Ich habe eine gläserne Produktion. Schaut es euch an, stellt eure Fragen, die ihr wollt. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hinter einen Heizöltank gucken oder unter meinem Kopfkissen gucken. Da bin ich offen und ehrlich. Und jeder kann es sich anschauen und sich davon überzeugen und auch überzeugen lassen gegebenenfalls, dass wir eine super Produktion haben, die zum einen nachhaltig ist, zum anderen auch ökologisch vertretbar ist und natürlich auch gewinnbringend ist. Nicht alles, was nicht bio ist, ist ja gleichzeitig auch umweltschädlich. Das gehört ja auch noch mit dazu. Ich möchte nicht, dass wir wie selbstverständlich für 60 Euro den Liter Motoröl in unsere Fahrzeugmotoren kippen und dann eher da noch 10 Euro mehr zahlen, weil es dann long live oder besonders toll ist. Und dann fahren wir aber in den Discounter und kaufen das Kilo Schweinemett für 2,99 Euro. Da stimmt für mich persönlich das Verhältnis nicht. Für mich steht das Lebensmittel im Vordergrund. Und das ist auch das, was ich eigentlich aus den Landwirten, auch gerade aus der jungen Generation, die ja eigentlich auch unser Denken haben, immer wieder herausführe. Von daher vielen Dank für das Gespräch, das wir heute führen durften. Vielen Dank für das Vor-Ort-Gespräch hier. Wir machen eben keine Studiensituation, sondern wir wollen draußen sein. Wir wollen da sein, wo ihr das ganze Jahr arbeitet. Und ich freue mich, dass wir hier in der Spargelreihe sitzen dürfen. Und ich kann nur auch nochmal den einen oder anderen, der das Video sieht, dazu animieren, kauft bei unseren regionalen Landwirten ein. Das ist unsere Stütze im ländlichen Raum. Das ist nicht nur Wirtschaftskraft, das ist auch unsere Seele auf dem Land. Und wenn wir hier einkaufen, dann unterstützen wir genau diese Menschen, die sich viele Gedanken machen um unsere Region und um unsere Heimat. Carsten, vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns ja noch ein zweites Mal wieder, wenn du dann zum Spargelstechen kommst. Ja, warum nicht? Gerne mal. Dankeschön.